Hallo ihr Lieben, hier ist Stefanie. Ich bin Tierkommunikatorin und ich wollte euch jetzt heute von einem Tiergespräch erzählen mit einem Kater, den ich vor mittlerweile zehn Jahren geführt habe. Das ist zehn Jahre her. Und zwar, ich wurde angerufen von einer Dame, Claudia hieß sie, und sie sagte, dass der Kater Titus wohl verschwunden sei. Das sei nicht ihr Kater, sondern von ihrer besten Freundin. Und er lebt mit der kleinen, wie hieß sie nochmal, Bella, genau, Bella und Titus, die beiden, lebten bei ihrer besten Freundin. Und ihre beste Freundin war vor ein paar Tagen gestorben. Und sie war ganz traurig, sie weinte auch im Telefon und das war sehr, sehr unschön. Und sie sagte, also sie hat sich um die Pflege der beiden Katzen gekümmert. Und sie sagte, dass er seit ein paar Tagen verschwunden sei. Und sie konnte sich das nicht erklären, weil er sonst sehr häuslich war. Und ja, dann hat sie mich gebeten, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Das waren jetzt ihre Katzen nun mal. Und das habe ich natürlich gemacht. Und es kam bei mir sofort hoch, bei der Kontaktaufnahme, so eine unendliche Traurigkeit. Ich habe das so im ganzen Brustkorb gespürt. Das war eng. Meine Kehle im Hals, das war alles so eng. Und so, ihr wisst, wenn man weinen muss, wie sich das anfühlt. Und so fühlte sich das an. Und das waren die Gefühle des Katers, den ich in dem Moment gespürt habe. Diese unendliche Traurigkeit. Und dann teilte er mir mit, dass er nicht mehr ins Haus gehen konnte, ohne seine Claudia. Nicht Claudia. Ach, wie hieß die? Mist. Also die Dame, die gestorben ist. Und dann sagte er, dass es nicht mehr sein Haus sei. Da fehlte, es fehlte etwas drin. Energetisch stimmte das überhaupt nicht mehr. Und das tat ihm nur weh, da reinzugehen in dieses Haus. Und deshalb war er weggegangen. Er war aber nicht weit weg, hat er gesagt. Ute hieß sie, genau, die gestorben ist. Und dann sagt er, dass sie immer sehr, sehr traurig war und dass sie am gebrochenen Herzen gestorben ist. Und dass es ihr jetzt gut geht, aber ihm nicht. Er war verwirrt. Also ich habe eine gewisse Verwirrtheit gespürt. Und dass er nicht wusste, mit sich anzufangen. Auf einmal kamen auch noch andere Informationen dazwischen. Also das geht immer ratzfatz, diese Botschaften und Informationen, die ich von den Tieren bekomme. Und meistens auch durcheinander. Im Grunde genommen könnt ihr euch das so vorstellen. Es kommt auf einmal alle Informationen. Das geht sehr schnell. Und auf einmal kam, dass er sein Halsband verloren hat. Ich wusste auch nicht, dass er ein Halsband hatte. Und dass er voller Zecken war. Also er war wohl an einem Ort draußen, ja, in einem Zeckennest irgendwie so. Und da stellte sich später heraus, als er wieder gefunden wurde, dass er tatsächlich sein Halsband verloren hatte. Und dass er überall am ganzen Körper Zecken hatte. Und da musste man ein paar Stunden damit verbringen, die ganzen Fischer daraus zu holen von ihm. Dann habe ich ihn natürlich gefragt, wo er jetzt ist. Ich habe einen Ort in der Natur gesehen, was ich der Claudia beschrieben habe, damit sie ihn sucht. Und er sagte, er bleibt nicht an einem Ort. Er geht hier und da und er weiß nicht so recht. Also das passte auch zu der Verwirrtheit, zu der Verwirrung, die ich bekommen habe. Zu fressen, gut, das war ziemlich nah an der Stadt, wo er gelebt hat. Und er hat gefressen, was er gefunden hat. Das Nötigste, sagte er, um seinen Körper am Leben zu erhalten. Und er sagte, dass er nicht weit von dem Haus sei, dass er aber nicht wieder hin kann. Und dann habe ich ihn gefragt, wie er zu Bella steht. Also das war die kleine Katze, mit der er zusammen da zu Ute gekommen ist. Sie hat beide gleichzeitig adoptiert. Aus dem Tierheim oder aus dem Tierschutz war das. Zwei kleine Kätzchen damals. Also sie waren ein paar Wochen alt, also Babys. Und dazu sagt er, dass Bella ihm sehr fehlt und dass beide ihm sehr fehlen. Und er sagte, es ist alles anders jetzt, wo Ute gestorben ist. Und er sagte, ich kann mit Veränderungen nicht gut umgehen. Und das passte auch total gut zu ihm, zu seinem Charakter allgemein. Und dann, ich habe ihn als abgemagert und ziemlich depressiv wahrgenommen. Und das mit der Abmagerung, das konnte man auch feststellen, dass es tatsächlich so war. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er mir etwas sagen möchte. Also ich gebe den Tieren immer einen gewissen Raum, sich auszusprechen. Also ich bombardiere sie nicht mit einer Frage nach der anderen, sondern ich gebe den Tieren auch viel Platz für sich, also viel Raum, um sich auszudrücken und etwas zu sagen. Wenn sie etwas sagen möchten, natürlich. Und er sagte, es war toll mit Ute und Bella. Er sagte, wir waren eine Einheit. Ich habe ihr viel gegeben, aber sie mir auch. Es wird nie wieder so sein ohne sie. Also das war auch für mich sehr berührend, weil ich ein solches Gespräch noch nie geführt hatte zuvor, mit Tieren zu sprechen, wo der Mensch gerade gestorben war. Das war mein erstes Mal. Und das war sehr emotional auch für mich. Ich weiß noch, dass ich bei dem Gespräch auch ziemlich geweint habe. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er bei der Claudia, also bei der besten Freundin von Ute, bleiben möchte. Und er sagte, ich weiß nicht. So wie es jetzt ist, ist es langweilig. Und ich habe gefragt, wenn er zu ihr ziehen möchte mit Bella zusammen, dass es in einem anderes Haus wäre. Und er sagte, ein anderes Haus ist gut. Also er wollte definitiv nicht zurück in diesem Haus, wo sein Mensch gestorben war. Und dann hat er mich wieder gefragt zu mir. Er fragte mich, bist du sicher, dass Claudia uns aus ganzem Herzen aufnehmen möchte und nicht aus Pflichtgefühl? Weil ich dachte, wow, was für eine Frage. Das war ziemlich genial, fand ich. Und die Claudia hatte zu der Zeit einen Hund und andere Katzen. Und er fragte mich auch wieder, werden die anderen uns akzeptieren? Wollen sie uns? Das war eine große Sorge von ihm. Und er sagte noch zu mir, Claudia hat Ute sehr geliebt oder sehr gemocht. Man kann sich gegenseitig trösten. Also wenn er zu ihr geht, dass man sich gegenseitig tröstet. Die eine vermisst die beste Freundin und er vermisst seine Bezugsperson sozusagen. Aber, sagt er weiter, sie soll nicht erwarten, dass ich sie wie Ute lieben werde. Das kann ich nämlich nicht. Ute wird immer meine Nummer eins bleiben, bis ich tot bin. Und das fand ich auch, wow. Auch jetzt spüre ich das noch, als ob es gestern war. Das ist echt der Hammer. Und dann habe ich ihn gefragt, aber was ist mit Ute passiert in dieser Nacht? Also ich wusste, dass sie in der Nacht gestorben ist. Sie ist einen Tag später gefunden worden. Sie lebte alleine mit den beiden Katzen. Und das war der Hammer, weil er sagte, dass es mit ihr sehr schnell passiert ist. Dass weder Bella noch ihn haben das im Voraus gewusst oder geahnt, dass es ihr schlecht geht oder so. Sie haben es erfahren, kurz bevor es passiert ist. Und in der Nacht waren die beiden wach. Also sie sind sofort, sie haben geschlafen und dann wurden sie sofort wach. Und sie waren, er hat mir auch Bilder gezeigt, wie sie bei ihr auf dem Bett waren. In dem Moment, wo das passiert ist. Und sie haben sie begleitet. Das heißt, sie waren bei ihr, als sie ihren Körper verlassen hat. Das konnte ich sehen. Und er sagte, dass sie gar nichts gespürt hat. Dass es sehr schnell ging. Und als er mir sagte am Anfang, dass sie immer sehr traurig war und am gebrochenen Herzen gestorben ist. Das war für mich ziemlich eindeutig. Also einen sehr, sehr schnellen Tod war das. Und dass sie nicht gelitten hat. Also das war wirklich so, sie hat geschlafen. Also der Tod im Schlaf, wenn man so will. Und das hat sie mir alles gezeigt. Und das war das erste Mal, dass ich bei einem Todesfall bei einem Menschen mit dabei war, durch die Augen der Katzen, die den Menschen begleitet haben. Also das war wirklich sehr, sehr, ja, das war der Hammer, muss ich sagen. Also dieses Gespräch ist mir auch so in Erinnerung geblieben, die ganzen Jahre. Und ja, ich denke, das ist für euch auch vielleicht interessant zu wissen. Und das habe ich bei ganz vielen Gesprächen später erfahren, bei allen Tieren, die ich begleitet habe, die gestorben sind, dass kein einziges Tier allein war. Alle Tiere haben gesagt, ich war nicht alleine. Ich habe Bilder bekommen. Ich habe Dinge gesehen. Und die Tiere, wenn sie sterben, sind nie alleine. Und ganz viele Tiere haben mir gesagt, auch ihr Menschen. Also wir sterben nie alleine. Wir sind nie alleine bei dem Übergang. Ja, das wollte ich euch heute erzählen. Das ist zwar ein sehr emotionales Gespräch gewesen und zum Teil natürlich auch sehr traurig, weil die beiden Katzen blieben dann alleine. Die Claudia hat sie dann, ich sage mal, adoptiert. Und sie sind mittlerweile, wie gesagt, das ist zehn Jahre her. Und zu dem Zeitpunkt waren sie neun Jahre alt, glaube ich, oder zehn schon. Und sie leben jetzt nicht mehr, definitiv nicht. Aber ja, das fand ich schon, das ist mir trotzdem wirklich in Erinnerung geblieben, weil das so, ja, die Tiere sind einfach nur fantastisch. Und bei jedem Gespräch, egal, was für ein Tier das ist und was für eine Situation das ist, ich staune jedes Mal wieder, wie weise die Tiere sind, was sie uns alles einfach sagen, was sie schon alles wissen, das ist der absolute Hammer. Ja, und das wollte ich euch heute erzählen. Ich hatte versprochen, dass ich ab und zu mal live gehe und euch von meinen Tiergesprächen erzähle. Und ich versuche, einige wieder rauszuholen, die wirklich sehr, sehr besonders waren. Ich meine, jeder auf seiner Art war besonders. Jedes Gespräch ist einzigartig. Und es gibt welche, die da noch einzigartiger sind. Vielleicht ein Tick mehr. Ja, und das Gespräch mit Titus und Bella, das war, ich habe auch mit der kleinen Maus danach gesprochen. Das war wirklich, wirklich, ja, unvergesslich. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich freue mich über eure Kommentare, wenn ihr möchtet, darunter. Und ja, ich wünsche euch alles, alles Liebe, alles Gute und vor allem eine ewig lange Zeit mit euren Tieren. Bis bald. Tschüss, ihr Lieben.